Hallo ihr Lieben, ich wollte heute eigentlich bei volle Kanne in Düsseldorf frühstücken. Einige von euch wissen ja vielleicht, dass ich dort angesagt war, aber im Moment folge auch ich den offiziellen Ratschlägen nicht so viel zu reißen und wenn es möglich ist eher zu Hause zu bleiben. Dank Internet ist ja das heute kein Problem mehr, ich kann also trotzdem mit euch reden und möchte als erstes mal sagen, ihr seht es noch, hier stehen noch ein paar Kleinigkeiten vom Geburtstag, auch etwas Kuchen ist noch da. Ich möchte mich als erstes mal herzlich bei euch bedanken für die vielen Glückwünsche und für die vielen Geschenke. Ja, was kann man jetzt tun, wenn man mehr zu Hause ist? Ich zum Beispiel höre jetzt Musik, zu der ich nicht kam, sie zu hören. Ich lese Bücher, zu denen ich nicht kam, sie zu lesen und da zum Beispiel habe ich mir jetzt die Blackbox von Rio Reiser, die ich schon eine ganze Weile habe, mal vorgenommen. Das sind unveröffentlichte Tracks von seinen allerersten Arbeiten, natürlich auch mit den vielen Kollegen, mit denen er unterwegs war, natürlich auch mit Tonsteine, Scherben, die Anfänge und da habe ich mir dann die CDs und es sind viele angehört. Das ist ganz wunderbar. Ich bin da völlig eingetaucht in den verschiedenen Arbeiten, auch mit seinen Brüdern zur Zeit, als er noch Theater spielte. Und ja, viele von uns wünschen sich vielleicht gerade in der heutigen Zeit einen König. Es gab einen König von Deutschland und der hieß Rio Reiser. Lesen, da würde ich euch empfehlen, Lorna Byrne, Liebe, das Geschenk des Himmels. Ich glaube, ich muss es nicht mehr erklären. Wenn euch langweilig wird, meldet euch, teilt euch mit. Vielleicht lese ich euch auch mal etwas vor. Und ja, vielleicht macht ihr es wie ich mit der Blackbox von Rio. Bei mir gibt es ja auch eine Box, die ist zwar nicht black, aber vielleicht könnt ihr da so eintauchen, wie ich bei Rio eingetaucht bin in diesen Tagen. Ich fange auch wieder an, Gitarre zu spielen und mich da ein bisschen weiterzubilden. Das sind alles Sachen, die sehr, sehr schön sind. Ich wünsche euch alles Liebe eine gute Zeit. Im Namen der Liebe. Tschüss, macht's gut.